Willkommen im Publikum zum ersten Nord Cup 2009. Wir haben es eigentlich gar nicht mit so einer großen Resonanz gerechnet, aber das wird schon, glaube ich, ein voller Tag. Ich wünsche euch heute ganz, ganz viel Spaß. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir in Pracht, ey, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Ich bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, Beißer wie beim Weißen Hai. Gewachste, dope, poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey, alles klinkt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Hey, alles klinkt, so schön neu. Ich hab meine alten Sachen satt und lass sie in nem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister am Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, kümmen wir ein Ja oder Nein? Schluss mit Larifari. Ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich hier wieder kiffen, hau ich mir ne Angst ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer. Zwing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey! Alles klingt, so schön neu. Hey! Wenn's ihm nicht gefällt, mach neu. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bye, bye, ich muss hier raus, die Wände kommen näher. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Hey! Alles klingt, so schön neu. Hey! Hey! Boah! Hey! 13, 14, 15, bisschen schneller drin. Bein Jungs vom Schiedsrecht super danken, Hannes und Niklas. Weltklasse gemacht. Beim nächsten Mal gerne wieder. Und dann auch nochmal ein Dank an die ganzen fleißigen Helfer aus Nordbayern, die ich hier gekocht, gebackt und aufgebaut habe. Wunderbar ist mehr. Das nenne ich richtigen Einsatz. Hier baut die Finaliste noch die Bänke auf. Ja, das ist für ihre eigenen Zuschauer. Das sind Zustände. Süße, mach dich schick. Ich hol dich in fünf Minuten ab. Das Beste ist grad gut genug, denn heute ist der letzte Tag. Du sagst Mama, tschüss, ich hab dir Blumen mitgebracht. Draußen blauer Himmel, die Vögel zwitschern im Park. Wollen wir Bänken rocken im Ritz, die Präsidenten-Suite nehmen, bis es qualmt und die Bandpfosten in die Knie gehen. Oder wir nehmen Haufen exquisiter Drogen, heben ab. Vielleicht kann man von oben schon das Paradies sehen. Letzte Chance für einen Sprung in Akapulko. Ich schreib noch schnelle Oper, Baby, und stell mich ans Pult. Letzter Akt. Ich empfang das Orchester, spielt im Takt. Ich delegier wie besessen. Du bist die Königin der Nacht. Lass uns nicht von morgen sprechen. Worte können uns nicht retten. Bald ist alles egal, können die Sorgen vergessen. Lass uns tonnenweise Torte fressen, Champagner-Sorten testen und versuchen die Sterne mit Zerkorken zu treffen. Deine Zerkorken Es sieht der Himmel auf dem Kopf, ey. Alles ist ihm, das ist so kommentiert. Kommen wir zum dritten Platz. Ja, eigentlich der für mich beste Platz, Sie suchen hier. Frank Maschel. Satz 2, in einem wirklich harten Finale, geht an Kerstin 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 aus Hamburg. Ich soll ja auch noch mal was ansagen, was wir hier in Hamburg sind. Ich möchte Ihnen sehr herzlich einkaufen, Frau Menn. Die Zahlen müsst ihr gerne auch. Da ist Infos gibt es da noch, für mich werde ich an die Verdächtigen schicken, die das dann hoffentlich zahlreiche verteidigen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr ankommen, würde ich das auch gerne sehen. Ja, wir sind ja der Stadniers. Ich hoffe, ich bin gespannt. War sehr super. Ich habe mir auch noch zu sagen. Ich bin hierher gekommen, ich habe ein schönes Spiel hier aufgefunden und habe mich sehr gefreut, mit verschiedenen Leuten zu spielen neue Kontakte zu treffen, auch mal mit den weiblichen Personen hier. Es war schön gewesen und ich bin natürlich dabei. Vielen Dank.